und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir so heute ist weihnachten und ich habe die vier schön hergerichtet die pia und den Elias den Tyler und die Emma genau und ich wollte euch jetzt einfach frohe Weihnachten wünschen und dann noch einen guten Rutsch und dann sehen wir uns wieder im neuen Jahr dann mache ich wieder neue Videos Tschüss